Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 70.400 US-Dollar. Ihr seht schon, unsere Shortbox wurde erreicht. Ich habe aber gestern schon mitgeteilt, dass ich in diesen Move jetzt erst einmal nicht reingehen werde. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns in diesem heutigen Update-Video anschauen. Ob trotzdem noch eine mögliche Chance besteht hier für einen Short-Entry, auch das werden wir jetzt erst einmal besprechen. Außerdem natürlich so ein Blick auf Ethereum, auf die normalen Stockmärkte, was unsere anderen Positionen machen, was unsere Forex-Positionen machen, auch dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Und wir werden mal ganz kurz ein bisschen Specs, RWA-Coins etwas ansprechen. Wie laufen die, in welchen bin ich drin, welche könnt ihr euch vielleicht nochmal angucken. Auch das werden wir uns im heutigen Video jetzt erstmal beschäftigen. Also bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News oder solche lustigen GIFs wie hier, dann seid ihr da genau richtig. Also kommt da rein, ist alles kostenlos. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr auch die RWA-Coins natürlich dann kaufen könnt, empfehle ich euch meine Partnerbörse BingX. Da gibt es momentan auch so eine kleine Einzahlungsaktion, beziehungsweise was heißt Einzahlungsaktion, eher wenn ihr hier das erste Mal mit Fiat dann kauft. Denn ihr wisst, Fiat ist Müll, kauft alles in Krypto und ihr habt keine Probleme mehr. Nicht Spaß. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan bei 70.400 US-Dollar traden wir. Ihr seht schon, wir sind in der Spitze bis auf knapp 71.200 US-Dollar hochgestiegen. Daraufhin gab es dann heute Nacht so einen kleinen Abverkauf in Richtung 69.600 US-Dollar. Aber man muss auch dazu sagen, und das habe ich gestern schon im Video dazu gesagt, sobald wir über dem Golden Pocket mit dem Daily Close schließen, ist es top. Noch besser wäre hier sogar noch dieser R1-Mann-Flippi-Wirt. Und genau dazu ist es auch gekommen. Wir haben heute schon diesen Retest gesehen. Das heißt, bullische Struktur auf Daily, auf den kleineren Timeframes. Trotzdem, eine kleinere Korrektur könnte trotzdem nochmal folgen im Laufe des Tages. Warum? Wir schauen uns jetzt hier mal ganz kurz oder ziehen uns mal das Fit-Level von unserem Hoch zu unserem Tief. Da sehen wir auch, okay, wir wurden jetzt zweimal hier bereits an unserem Golden Pocket rejected. Das heißt, momentan wäre hier sogar nochmal die Möglichkeit, noch einen kleinen Short reinzuwagen. Wer momentan ein bisschen die Eier hat, kann das vielleicht versuchen. Stop-Loss sollte dann aber hier oben eher in dieser Region um 71.660 sein. Das heißt, Risk momentan von 1,74 Prozent. Finde ich relativ human. Ansonsten teilt euch die Position auf, dann halbiert ihr vielleicht nochmal so ein bisschen das Risiko. Das nochmal für kurzfristig. Wie gesagt, ich gehe da nicht rein. Das ist jetzt nur für euch da draußen. Solltet ihr irgendwie Interesse haben, hier an einer Short-Position oder wollt unbedingt den Markt shorten oder habt eine Long-Position noch offen, beziehungsweise die haben wir ja auch noch offen von hier unten. Ihr könnt euch daran erinnern hier. Macht einfach einen Hedge und gut ist die Sache. Wisst ihr, dann habt ihr Ruhe mit der ganzen Geschichte. Also, das wäre jetzt die erste Short-Möglichkeit. Ansonsten, wer noch nach Long-Möglichkeiten sucht, da drehen wir jetzt den ganzen Spieß hier mal um. Und zwar von unserem Tief zu unserem Hoch wäre die Möglichkeit hier nochmal in Richtung Golden Pocket bis 0.786. Wobei ich hier ehrlicherweise sagen würde, ich würde eher aufs 0.786 spekulieren. Warum? Weil wir hier zwar den ersten Impuls hier drin hatten mit dem ersten Volumen. Das seht ihr hier unten vielleicht auf dem 1-Stunden-Timeframe. Aber die darauffolgende Candle, das war diese hier, die von 0.67.7 bis hoch knapp auf 69.500 US-Dollar ging, bietet deutlich, deutlich mehr Liquidität. Das heißt, der Markt könnte sich erst noch diesen Preisbereich dann erstmal holen und dann in Richtung 0.786 runtergehen und von hier aus dann möglicherweise erst drehen. Also, ich mache das jetzt nochmal hier ein bisschen gescheitert, damit ihr das seht. Für mich jetzt erste Sache, ihr könnt einen Short machen, wenn ihr noch eine Long-Position offen habt. Zweite Möglichkeit dann hier wiederum, die Long-Position zwar größer bei 67.700 US-Dollar und dann möglicherweise durch diesen Bullischen Daily Close, den wir gestern hatten, über dem Golden Pocket, über dem Pivot, könnte sich die ganze Reise dann wirklich in Richtung neues All-Time-High dann erst einmal zielen. Was auch dazu passt, wir haben heute keine signifikanten News, am Mittwoch keine signifikanten News. Erst am Donnerstag wird es dann durch die PCE-Daten, Erstanträge, BIP etc. Interessanter und am Freitag dann auch. Das heißt, wir haben hier wirklich jetzt erstmal noch die Chance, zwei Tage wirklich hier normal zu traden, bevor dann wirklich möglicherweise wieder irgendwelche News-Entscheidungen reinziehen und den ganzen Kurs wieder irgendwie in irgendeine Richtung manipulieren. Ansonsten gibt es hier derzeit eigentlich nichts Spannendes mehr beizutragen. Wie gesagt, wir haben die größten Widerstände das erste Mal durchgenommen. Eigentlich steht dem neuen All-Time-High erst einmal nichts im Wege, außer es kommt noch irgendwas Dramatisches um die Ecke. Okay, das wäre wie gesagt die zweite Long-Möglichkeit, das wäre jetzt die Short-Möglichkeit. Also macht was draus am heutigen Tag. Ansonsten, wie gesagt, alles relativ ruhig. Gehen wir rüber zu Ethereum, hier sind wir noch meilenweit entfernt und hier habe ich auch nochmal ein bisschen was geändert. Ihr seht, der Ding hat alles gepasst, Rhythmus hier. Ich bin hier nicht in der Long-Position. Wer das damals gemacht hat, nehmt wie gesagt jetzt mal 50% raus. Ansonsten habe ich mir nochmal ein bisschen Gedanken gemacht wegen einer möglichen Short-Position. Mir ist das Ganze auf einem 4-Stunden-Time-Frame. Natürlich haben wir hier die 4-Stunden-Supply und sowas, alles schön und gut, aber gehen wir in die tieferen Time-Frames, sehen wir hier noch so eine kleine Ineffizienz. Das gefällt mir nicht. Das heißt, ich gehe frühestens bei 3.870 US-Dollar Short. Werde hier vorher nichts machen, das Golden Pocket, klar, ist der erste Ankerpunkt, wo wir erst einmal hingehen sollten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden hier mindestens so Richtung 3.838 bis 3.880 durchballern. Und dann sollte Bitcoin jetzt erst einmal ein paar Stunden noch konsolidieren. Also hier werde ich maximal nichts machen. Also da bleibe ich dabei. Wollte ich euch nur nochmal so ganz mitteilen. Ansonsten hat sich hier auch seit gestern wenig getan. Der Anstieg, klar, ist da aber nicht so spektakulär wie momentan bei Bitcoin. So, dann hat jemand gefragt in der Telegram-Gruppe zwecks RWA-Coins, in welche ich momentan investiert bin. Wir machen jetzt kurz das RWA-Thema und danach gehen wir rüber noch zu Forex, Gold und Stockmärkte, aber wollte ich noch ganz kurz dazwischen schieben. Also, ihr könnt euch die ganzen RWA-Coins natürlich bei CoinMarketCap hier anzeichnen lassen, wenn ihr hier bei Cryptocurrencies geht, dann auf Kategorien und dann wählt ihr hier RWA-Coins aus. Real-World Assets, dazu gehört Projekte, wo wir auch schon drin waren, wie AVAX, Chainlink, Internetcomputer und wie sie alle heißen. So, jetzt gibt es aber auch noch die interessanten Projekte und das sind zum Beispiel die ganzen Low-Caps und dazu zählt zum Beispiel ein Soil, das werde ich euch, wo ist er dann, ein Labs zum Beispiel hier noch. Das sind alles so Projekte, wo ich drin bin. Soil hat jetzt auch in den letzten sieben Tagen 186% gemacht, also da könnt ihr euch denken, warum dieses Thema dann auch hier in der Gruppe mal ganz kurz aufgekommen ist. Einer hat nämlich schon geschrieben, dass er hier bei Soil drin ist. Auch hier gilt, ich werde hier genauso verfahren, ihr wisst, wie ich hier verfahre. Sobald ein Coin auch ein Low-Cap 100% macht, bin ich hier mit meinem Einsatz raus und lasse das Ding dann das erste Mal laufen und so läuft es schon. Bei Labs bin ich schon etwas länger drin, bei Soil bin ich schon länger drin und wer sich noch an den Geheimtipp damals erinnern kann, wenn ich ihn jetzt auf die Schnelle finde, Realio Network, also Rio, da sind wir aber auch schon seit einer Million Market Cap drin oder sogar früher, keine Ahnung, bei 500.000. Also wir haben hier schon, ich sage jetzt mal, ein 14 bis 28x gemacht. Hier die Position lasse ich jetzt einfach weiterlaufen, weil Bullrun ist immer noch nicht richtig. Wir haben noch immer noch keine Altcoins easen. Das heißt, das ganze Ding kann noch komplett explodieren. Deswegen bleibe ich hier auch noch weiter erst einmal drin. Das wollte ich nur mal zu dem Thema ganz kurz gesagt haben. Wenn euch so RWA-Coins interessieren, guckt einfach bei CoinMarketCap und filtert euch das raus. Ist für mich immer noch so ein kleiner Geheimtipp für den Bullrun. So, dann gehen wir mal zu unseren offenen Positionen weiter, zum Beispiel zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Take Profit 1 erreicht. Also auch hier läuft alles nach Plan, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Also wer gestern das Video gesehen hat, sollte ja long auf jeden Fall gewesen sein. Und habe ich ja dazu gesagt, geht long. Hier darf ich eigentlich gar nicht, aber gut, ist gut gegangen. Take Profit 1 ja, Take Profit 2 haben wir gestern auch drüber gesprochen. Werden wir wahrscheinlich dann hier in Richtung 0,5er Fibonacci Retracement Level nehmen. Take Profit 3 dann im Golden Pocket. Und da werden wir die Position dann auch verdoppeln von unserem Short, der ja auch noch momentan positiv läuft. Also hier bin ich absolut zufrieden. Hier muss ich auch erst einmal nichts weiter dazu sagen. Ansonsten gehen wir rüber zu Gold. Gold eher so ein bisschen am rumstrugglen. Bleibe ich aber auch bei der Meinung von gestern. 2.200 US-Dollar ist weiterhin mein Short-Bereich. Ich möchte diese Ineffizienz gefischt haben. Ich möchte das Golden Pocket gefischt haben und maximal hier hoch in Richtung R4, damit wir hier auch einen Hedge Short machen können. Also hier momentan noch gar keine Änderung. Gehen wir rüber zum S&P 500. Auch hier könnte sich jetzt langsam mal was tun und zwar ein Breakout aus unserer Bullflag, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Aber auch hier hat sich nichts geändert im Gegensatz zu gestern. Nur kurzes Update. Wir sind weiterhin in der Bullflag. Die Bullflag ist weiterhin aktiv. Ich möchte hier eine Bearish Directions haben und ich möchte unbedingt in Richtung 5.280 US-Dollar aufsteigen. Ansonsten ist der Markt derzeit, was Altkonten und sowas betrifft, für mich absolut uninteressant. Werde ich momentan einfach nicht in Trades reingehen. Weder kaufen noch sonst irgendwas. Wenn ich irgendwelche Low Caps finde, wie gesagt, dann sage ich euch da noch Bescheid. Aber ich habe das meiste eigentlich die Projekte, wo ich jetzt drin bin, euch auf jeden Fall mitgeteilt. Was er daraus macht, ist eure Sache. Ansonsten würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Sollte es irgendwas geben, Telegram-Gruppe joinen. Auf jeden Fall ein Like bei lassen, ein Abo da lassen. Und ja, dann war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay critical.